Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Möbchen-Filie. Was geht, Leute? Was geht? Leute, lasst ein Like da und lasst ein Abo da, wenn ihr mich so nicht abonniert habt. Das wäre mega nice, Leute. Was geht, Bros? Und zwar sind wir gerade hier ab Alpha an seinem Pool. Was geht, Bro? Was geht, Bro? Was geht, Mann? Bist du bereit für eine fette Pool-Party bei dir, Mann? Ja, Mann, ich bin richtig bereit. Let's go, lass ein bisschen Kohle ab in dir aus dem Haus, Leute. Ich bin heute so gehypt, Mann. Und paar Kekse sind eigentlich voll Bock drauf. Hey, klau nicht meine Sachen hier. Das kostet Geld. Hä, was zu Geld, Alter? Lass mich doch, Alter. Heute draußen stehen die Getränke, die muss ich anholen. Ja, man macht das. Boah, aber einfach, was hast du heute im Winter gegessen, Mann? Was ging so bei dir ab? Äh, hier deine Kollegin. Guck mal. Hä, du hast endlich süß sauer gegessen, oder was? Ja, Mann. Oha, Leute, ich muss schnell zum Pool, ey. Boah, schnell dahin. Hey, warte, ich bin erst rein. Komm bitte, Alfa, auf geht die wilde Party. Ich will zuerst. Hä, ich springe auch zuerst rein. Nein, ich. Nein, ich springe zuerst, Alfa. Dann geh doch. Wow, Leute, irgendwas passiert hier das Wasser. Alfa, irgendwas stimmt mit deinem Wasser nicht. Alfa, Hilfe. Wow, Leute, was ist passiert? Ja, es hat funktioniert. Hä, was hat funktioniert? Was laberst du? Nein, nein, was hat dich hier wieder zu einem Baby verwandelt? Ja, Mann. Hä, was zu einem Baby verwandelt? Leute, ich bin ja ein Baby, hä? Warum bin ich jetzt ein Baby in Minecraft? Was für Zauberwasser, was labert der? Jetzt bist du ein Baby, haha. Mann, ich will kein Baby sein. Ey, Alfa. Junge, du hast mich geträumt. Alfa, komm her, Mann. Verwandel mich zurück. Ich hab dich gesehen. Hey, ich verstehe dich nicht, hallo. Mann, jetzt versteht ihr meine Worte wieder nicht, weil ich ein kleines Baby bin. Ach, egal, ich geh Fernsehen gucken. Hey, Junge. Oha, Leute. Mann, jetzt stelle ich halt wieder alleine als Baby. Ich muss mich unbedingt wieder zurück verwandeln. Mann, das ist ja richtig nervig. So als kleiner Pimpf. Man darf gar nichts und man kann gar nichts machen, Mann. Leute, aber es wird doch schon dunkel. Ich bekomme alleine Angst als kleines Baby. Ich gehe jetzt erstmal zu Alfa. Alfa, kann ich bitte bei dir schlafen? Ich hab Angst alleine. Oh, du bist jetzt schon wieder da. Was geht? Oh, Baby, bleib jetzt hier. Pass auf, ich muss arbeiten gehen. Hey, aber von was soll ich essen? Ich kann mir doch nicht mal selber was zu essen machen. Hey, Junge, bleibt stehen. Oha, was? Alter, Leute, der ist einfach abgehauen und lässt mich hier im Stich, Mann. Was soll ich denn machen? Ich ganz alleine als kleines Baby. Och Mann, Alter, ich muss wieder zurück verwandeln. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Das dauert es jeden Tag oder so. Leute, hä? Da ist irgendjemand draußen. Leute, läuft jemand rum? Oh, vielleicht ist es hier Alfa. Bro, was geht? Komm rein, Mann. Hä? Warum sind die Rauchgranaten? Leute, ich habe Effekte. Ich sehe nichts mehr. Ah, ich brenne. Hilfe, Leute. Ich muss hier weg, Mann. Au, au. Mein Börzel. Brennt mein Börzel. Hier riecht so ein Ente Süßauer. Hä? Wer ist da vorne, Leute? Oh, ich muss nicht verstecken. Der sieht ja aus. Oder die zwei sieht aus wie Ninja aus. Das ist ein Frau Ninja und ein Männer Ninja. Ich glaube, das ist so ein Ninja-Paar. Oh nein, Leute. Was ist, wenn die aus mir Ente Süßauer mit ihren Ninja-Krall machen wollen? Oh, bitte nicht. Das wäre ja schrecklich. Da hatte ich ja gar keine Lust drauf. Wo sind die hin, gerade die Ninjas? Oh, die sind gerade in Alfa's Haus. Oh, wenn die mich finden, Leute. Dann werden die mich bestimmt grillen oder so. Ah, ich bin gerade runtergefallen hier. Und da sind überall Rauchgranaten. Und ich sehe wieder nichts. Ah, Hilfe, okay, okay. Ich ergeb mich, ich ergeb mich. Ich bleibe schon stehen. Hä? Hä, Leute. Oh nein, die werden mich bestimmt im Kopf kürzer machen. Bitte, bitte, bitte. Tu mir nichts an. Hä? Die reden gerade miteinander. Was machen die denn? Leute. Doch, bin ich keine Ente Süßauer. Aber was machen die? Was haben die vor? Oh nein, die sind so böse. Hä? Ich habe fett Hunger gehabt. Wo weiß es? Das ist ja eine Babyflasche. Leute. Oh, lecker, lecker. Mnam, namm, 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 namm. Boah, der füttert mich. Hä? Der gibt mir gerade schon einen Anzug. Leute, wartet jetzt nicht mal an. Oha, ich bin ein Mini-Dinja. Und der gibt mir sogar so Wurfdinger. No, Leute. Was gibt ihr mir alles für Items? Hä? Ich habe schon voll viele Items bekommen. Aber was soll ich denn damit? Und mit der Ninja-Rüstung. Hä? Ninja, bleib stehen. Warte, warte, warte. Und läuft da her. Und ich muss da mit her laufen. Warte mal, ich habe eine N an. Boah, ich kann mich teleportieren. Und da sind auch mehr Sachen drin. Leute, da ist ein Samurai-Schmeck drin. Noch mehr Wurfdinger. Und so Zielscheiben. Und so ein N-Tag und Rauchbop. Leute, ich glaube, die haben mich gerade adoptiert. Die Ninjas haben mich einfach adoptiert. Und ich gehöre zu denen ihrer Familie, Alter. Oha. Warte mal, mein neuer Papa muss mir mal zeigen, wie man mit den Dingen richtig wirft. Ich stelle mich ja so Scheiben auf, Leute. Und oha, der ist voll der Profi. Leute, der hat gerade fast in die Mitte getroffen. Gebt euch das mal. Und warte mal, ich will auch mal. Und ich werfe jetzt mal. Und... Oh, ich habe voll verfehlt. Warte mal, was werft ihr jetzt? Ey, die Boxer. Chill noch mal. Und warte mal. Und zack. Oha, ich habe in die Mitte getroffen. Und er gibt mir eine Belohnung, wie nice. Und noch mal. Und zack. Leute, langsam habe ich den Bogen raus. Und zack. Und jetzt werfe ich eine Feuerbombe da drauf. Und bam. Und peng, also. Und noch mal ein Wurfmesser. Und Ninja-Attacke. Und eine Smoke-Grenade rein. Leute, und ich habe sogar so Ninja-Attack. Warte mal, kann ich mich hier an den Baum hochziehen? Warte, dann muss ich mal zeigen, wie das geht. Weil der ist ja mein neuer Papa. Ey, kannst du mir zeigen, wie der Endtack funktioniert bitte? Oha, warte, den Baum festmachen. Und jetzt hochziehen. Ah, ich bin fast runtergefallen. Das hat gerade nicht so gut geklappt. Und noch mal. Leute, gebt euch das mal. Ich baue mich hier rum. Wie ein richtiger Ninja. Warte mal. Hä? Äh, warte mal. Ich gebe mal da hoch. Ganz hoch auf den Baum. Wie ein richtiger Ninja. Und zack. Ich hoffe, dass mein Papa Ninja mitkommt. Und bald Mama Ninja auch. Boah, die bringen mir so viel bei, Leute. Es ist so cool, von Ninjas adoptiert zu werden. Und in der Hand. Ey, Ninja-Papa, kannst du mir zeigen, wie das Ding hier funktioniert? Oha, Leute. Das ist ein Ninja-Gleiter. Oha, wir fliegen jetzt gerade einfach über die Stadt drüber. Was geht, Mann? Wie cool ist das denn? Leute, so können wir uns anschleichen. Oh, der ist gerade fast runtergesprungen. Der springt gerade aufs Dach. Richtige Ninjas. Die campen einfach auf den Dach. Die juckt es gar nicht. Und die beobachten ihr Ziel. Oha, ich hab sogar ein Schwert. Wie nice, Mann. Wo ist mein Ninja-Papa gerade hin? Was hat der vor? Und Leute, ich gleite jetzt sauber runter. Und zack, Alter. Hä, was macht der? Rauchen wir gerade in den Spielzeugladen? Oh, so hart bin ich fett dabei. Weil wir rauben in ihrem Geheimhaus. Wir sind Ninjas. Und so hat niemand. Und wir können das Ganze geheim machen. Ohne dass irgendjemand irgendwas davon merkt. So. Nice, Mann. Und ich will mal mein Schwert benutzen. Oh, wir ziehen uns jetzt wieder aufs Dach. Und Ninja-Haken. Let's go. Oh, Ninja-Papa, kannst du mir mal zeigen, wie das Schwert funktioniert? Das wäre so cool. Hä, was ist da vorne los? Leute, die sehen böse aus und die haben so Schwerte. Ich glaube, das sind unsere Ninja-Gegner. Oha, Leute. Wir haben uns den ersten Fight. Und da hat die... Oh, Leute. Das hat die One-Haken. Und warte mal. Feuerbombe. Und die brennen alle gleichzeitig, Leute. Und ich gehe jetzt mal rüber mit meinem Ninja-Schwert. Und... Oh, ich muss mich hochheben. Und zack, Alter. Und attacke mit dem Schwert. Wir machen die alle fertig. Meine Ninja-Familie ist viel zu stark für diese Leleks, Alter. Und... Bats. Oh, oh. Ich kriege gerade eine drauf. Leute, 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 Leute. Ich muss mich wegteleportieren. Schnell. Und... Feuerbombe auf die drauf. Let's go. Und Ninja-Wurfmesser. Oh, das ist abgeprallt. Das war nicht sehr effektiv, Leute. Und wegteleport. Und wieder ein Ninja-Wurfmesser. Und die können auch den Ninja-Teleporten. Die sind gar nicht so schwach, glaube ich. Und der Fight die ganze Zeit gegen dich. Ich helfe ihm mal. Und... Bats, Alter. Down. Und zack. Auch fast down. Und bam. Schau drauf mit meinem Schwert. Und ich glaube, wir haben fast alle besiegt mit unserer Ninja-Power. Und da unten sind noch ein paar. Und die mache ich alle fertig. Hier, Feuerbombe. Und noch eine Feuerbombe. Zack. Bam. Und bam. Das kriegt ihr in euer Gesicht, Leute. Und zack. Und zack. Da vorne ist der letzte Ergebnis. Ich war gegen die Ninjas. Hast du keinen Hauch einer Chance? Und zack. Nice. Wir haben die alle besiegt, Ninja-Papa. Hä? Wieso bin ich jetzt blind? Ich sehe nichts mehr. Leute. Hä? Was passiert hier? Leute. Oha. Wow. Hä? Wo bin ich hier? Ich bin auf der Straße. Was passiert? Eifer. Ende. Was geht, Bro? Du hast voll den Albtraum. Du hast recht fast voll geschwitzt hier. Guck mal. Hä? Was ist so ein Albtraum? Ich bin gerade von Ninjas adoptiert. Das stimmt doch, oder? Du bist ja einfach eingeschlafen auf der Straße. Ich dachte schon, du bist krank oder so. Hä? Leute. Was ging hier ab? Ich schicke gar nichts mehr. Ich dachte, ich hätte... War das doch nur ein Traum? Hä? Aber Leute. Lasst Like da. Lasst aber dann, wenn es euch gefallen hat. Zoppe einfach mal. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hä?